meet chair und meet table das sind die beiden programme unseres partners sedos die überall dort einsatz finden wo ein bistro tisch ein klassischer kleiner runder tisch und einfach stapelbare stühle gesucht und dann natürlich auch gefunden werden wir haben vier fußstühle in kunststoff schale oder in holzschale wir haben einen sehr interessanten griff bei der in die schale eingefräst wird bei der holzschale da können sie sehr schön den stuhl vor und zurück bewegen ja und überall dort wo eine kleine gastronomische geschichte gebraucht wird überall dort wo man schnell zusammenkommen möchte um einen kleinen runden tisch zusammen möchte überall dort ist meet chair und table genau das richtige